Was geht ab, meine lieben Comic-Freunde? Ich habe ja schon länger nicht mehr meine Comic-Sammlung gezeigt und da ich auch ein neues Regal habe, habe ich mir gedacht, das passt jetzt perfekt, wenn ich alles in einem Mal zeige. Und ja, ich hatte gesagt, wir fangen dann auch schon gleich an. Hier haben wir nämlich die Marvel Graphic Novel Collection, die schwarze Editionen. Das war so die erste, die es richtig am Markt gab und ich muss sagen, das ist derzeit auch die beste. Anfangs war die Qualität okay, dann wurde die Qualität irgendwie schlecht und jetzt sind die wirklich in Topform, Höchstform. Also ich liebe auch das Rückenbild von Gabriel Delotto, das war halt wirklich die erste Sammlung und da war ich halt mega gehypt und so weiter. Super Stories, teilweise ein bisschen abgehackt und halbe Stories, aber auf jeden Fall hier auch die besten Bonus-Inhalte mit vielen Sketches, vielen Interviews mit den Zeichnern und so weiter und wie gesagt, das Rückenbild ist ja mega. Anfangs war das ab hier 60 Ausgaben, also ich glaube eh circa das Regal, nehm ein bisschen mehr bis zu Rogue hier so. Und ähm, ja dann wurde die ja verlängert mit 40 Classics, wie wir die hier haben. Ich bin, ich bin schon so, ich finde das so geil, dass die schon hier stehen. Ich weiß noch, wie ich gedacht habe, oh die werde ich ja nie bekommen. Und mit 20 hinten dran, das heißt bis 80, das wäre dann bis hier gegangen. Dann haben die nochmal 10 Bände draufgelegt, soviel ich weiß. Bis zu Dr. Doom und das Ganze wurde aber dann irgendwie doch nochmal verlängert. Und auf jeden Fall, äh, ja, haben wir jetzt hier glaube ich so um die 100 Ausgaben bis hier Thor und Captain America anfangen. Und ich glaube die meisten wissen es auch schon, die Sammlung wurde jetzt auf 200 Bände verlängert. Also ich glaube, das sind einfach nochmal 60 oder 80 dran. Und ja, wie gesagt, das ist einfach meine persönliche Lieblingssammlung. So, kommen wir auch zu der Simpsons Collection. Simpsons Collection, äh, ja ich finde die Sammlung okay. Ihr seht ihr, es ist so gut wie alles eingepackt. Äh, ich bin halt jetzt nicht der größte Simpsons Fan. Ich bin halt so einer, der holt sich einmal ein Jahr ein Heft. Und jetzt habe ich gedacht, ja, abonnierst du die Collection, dann brauchst du ja keine Simpsons Hefte mehr holen. Und eine coole Auswahl und auch eine coole Sache. Äh, 23 Bände geplant, das finde ich auch eine sehr super Größe von den Bänden her. Und muss sagen, das passt mega. Ja, es ist halt von der Qualität her so lala. Und wenn die 23 Bände verlängert werden, werde ich da leider nicht dranbleiben. Ich werde halt bis zu Band 23 dranbleiben und dann mal gucken, äh, ob die da verlängern. Ich bin auf jeden Fall nach 23 raus. So, und dann kommen wir auch schon zur nächsten Sammlung. Äh, irgendwie so, bei der bin ich immer wieder zwiegespalten, was ich jetzt wirklich davon halten soll. Die Star Wars Collection, Star Wars Sammlung, Comic Kollektion, keine Ahnung. Die Inhalte waren anfangs lala, weil, ja, parallel die Heftserie lief, die halt mega stark war. Kam mir das Ganze halt nicht so gut vor. Ah, das Rückenbild finde ich einfach hässlich. Das finde ich einfach nicht schön. Weil, keine Ahnung, das haben die einfach schlecht ausgewählt und das Material der Bände, das ist halt nicht für so Rückenbilder geeignet. Und ja, ihr seht auch schon, hier bin ich bei 56, bei dem 56. Band. Ich habe jetzt auch schweren Herzens beschlossen, dass ich die nach der 58 kündigen werde, weil die Lieferung ist noch ausstehend. Und wenn die da ist, dann habe ich ihnen schon geschrieben, Panini, bin ich raus. Leider, ich hätte noch gern Boba Fett und so am Rückenbilder, aber mir gefällt es einfach irgendwie nicht. Und ja, ich bin jetzt froh, wenn die Sammlung zu Ende ist. Cool, dass die hier steht. Ich muss aber da noch enorm viel nachholen und ja, mal gucken. So da, und jetzt kommen wir auch schon wieder zu DC. Ich glaube, die kennt auch jeder. War eine super Sammlung, kann man nichts dagegen sagen. Aber das Problem bei der Sammlung waren einfach die ganzen Inhalte. Es war halt 90% nur Batman, Superman und Justice League. Kleines Beispiel, Aquaman ist im Rückenbild, hat einfach keinen einzigen Band. Es gab ein paar Catwoman Bände, ein Shazam Band, aber einfach kein Aquaman Band. Und ja, die Bände habe ich hier noch hingelegt, weil es wegen dem Holzbalken da nicht hinging, leider. Ja, soviel zur DC Sammlung. Super Sammlung, wie gesagt, von den Inhalten her leider sehr schwach. Und ja, da kommen wir auch schon zur nächsten Sammlung, die mega wenig Ausgaben hat. Drei Ausgaben. Das ist die Batman Collection, die wurde jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben. Ich habe da die ersten drei Bände bekommen. Habe ein Abo, auch mit den Sonderbänden und alles und so weiter und so fort. Und ja, die soll jetzt im Januar 2019 starten. Bin gespannt, wie es da aussieht. So, ich muss jetzt schnell hier das Spider-Man Game Collection wegräumen. Ja, hier haben wir die Marvel Mightiest Heroes Collection. Keine Ahnung, wie die im Deutschen heißt. Die neue Marvel Comics Sammlung, glaube ich. Super Sache, weil jeder Held einen eigenen Band hat. Somit hat man schön viel Abwechslung. Ein wunderschönes Rückenbild von Adi Granov, glaube ich, heißt er. Und ja, kann man eigentlich nichts gegen sagen. Ich finde es cool. Ich finde halt, es ist etwas Neueres. Wie gesagt, ich finde halt die Inhalte sehr cool, weil es immer wieder neuen Helden gibt. Und ja, und hier haben wir auch noch die Premium-Schurkenbände, die echt mega sind. Und ja, die Sammlung hat eigentlich nichts Schlechtes, aber es ist für mich irgendwie trotzdem nicht die beste. Keine Ahnung, ich finde einfach ein wunderschönes Ding, aber auch nichts irgendwie Besonderes. Ja, ich weiß nicht, was ich wirklich davon halten soll. Aber es ist auf jeden Fall eine super Sammlung und ein Blickwert für alle, die fragen. Wie gesagt, das hier ist eben mein neues Regal und hier habe ich noch ein bisschen Zeugs stehen, CDs und so weiter. Und ja, das war es schon zum neuen Regal. So, und zu guter Letzt noch die letzten Bände von der DC Collection. Die habe ich hier noch ins Regal geballert, weil der Rest ja nicht beim oberen Regal reingeht. Hier haben wir die Sonderbände, die sind ganz cool. Ich finde, das Rückenbild jetzt irgendwie, desto länger ich angucke, hässlicher. Und ja, die Inhalte sind aber super. Das gefällt mir eigentlich alles sehr gut. Und hier haben wir noch die restlichen Bände. Bis zum Ende. 150 Bände umfasst ja die DC Collection. Und ja. So, und ich glaube, es hat eh jeder gesehen, die Green Lantern Premium Bänder. Oh, geht weg. Die stehen hier drüben, oben. Und, oh Kacke, ich wollte nicht zoomen. Und die restlichen stehen hier unten. Super Auswahl auch bei den Premium Bändern. Ich bin echt froh, dass ich die abonniert habe. Und ja, das war es schon zu den ganzen Sammlungen. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche ihr sammelt oder welche ihr am besten findet. Oder was ihr generell von solchen Collections haltet. Ansonsten war es das auch schon wieder mit diesem Video. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Schönen Abend. Ciao.